Schönen guten abend und wir haben heute ja angekündigt oder gestern das heute Kampf, Kampf, Kampf ist, aber daraus nimmt man doch nichts, weil uns hier unser lieber Teamfightpartner Zinos nicht zurückgeschrieben hat, genauso wie ich, Leute, die wollten ja letztens schon fighten und dann hatte ich keine Zeit gehabt, aber egal, auf jeden Fall diese Folge ist auch nicht, außer wir finden jetzt Spy Boy, denn wir gehen... Kommst du hoch? Hast du das gehört? Mein Handy hat gerade dermaßen ein Hybrid, Alter. Du warst gerade... Ja, ich bin schon oben. Ja, warte, ich mach mir hier noch die Tränge, die gerade da sind. So, soll ich nochmal runterkommen? Ähm, kannst du machen? Egal, ich komm nochmal runter. Also, du warst bei mir gerade... Nein, das ist dein Ernst. Es ist jetzt dein Ernst. Anscheinend schon. Ey, du warst bei mir gerade richtig abgehackt. Ich weiß nicht, wann hast du geleckt gerade? Nein, ich war wahrscheinlich zu weit vom Mikro weg. Ja, ich sag's mal ganz kurz für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, was Fargo gesagt hat. Hat man alles nicht verstanden? Nein, du warst richtig abgehackt. Also, ähm, wir wollten ja nicht gegen Sinus und gegen Team hier Flutzi kämpfen. Flutzerra ist offline in Skype und Sinus antwortet mir jetzt nicht und das ist halt ein bisschen doof. Und da wir jetzt aufnehmen müssen, nehmen wir jetzt auf. Da wir aufnehmen müssen, nehmen wir auf. Äh, so, warte mal, ich nehme jetzt mal den ganzen Meta-Stuff mit, damit ich mir gleich ein paar Rüstungsteile machen kann. Ja gut, das heißt, Basti geht jetzt in den Nether und ich farm essen. Genau, ich nehme die Armbosse mit, beide. Falls einer kaputt geht, wie ich mein Glück kenne. Oder was, ich müsste ja den Enchanter auch mitnehmen. Ja. So, vielleicht gehe ich auch nicht so farben wie du, äh, also, vielleicht gehe ich auch einfach hier runter in den Höhlen oder so. Ja, ich dachte, es wäre halt schon ganz gut, wenn du bei mir in der Nähe bist halt. Ähm, hast du noch, äh, kurz, ja, ich hätte dann nur Giftpfeile, ich habe keine Pfeile mehr. Hast du keine normalen Pfeile mehr? Fünf. Ähm, guck mal, hier in den Kisten sind genug Federn und Flint auch, dann musst du nur mal Holz holen. Ja, wo ist da denn bitte Flint? Naja, Gravel haben wir. Aber Flint müsste auch noch fünf Stück in irgendeiner Kiste sein. Ein Gravel. Oh. Guck mal, die Arten. Ja, du kannst ja auch mit Flint schnell farben. Ja, das mache ich. Dann gehe ich zum Spawn. Ja, ich laufe jetzt schon los. Okay. Ja, also. Gehe ich hier schnell runter, weil du warst Flint? Auch irgendwelche Teams wie jetzt Venation oder so, sind jetzt auch nicht drauf eingegangen. Cube war der Einzige, der jetzt irgendwie... Ja stimmt, wir haben nicht mal gesagt, dass wir in der Konfig gefragt haben, ne? Also wir haben halt gefragt, wer Fan kämpfen will und dann hat keiner geschrieben. Oder halt nur so einen Spaß draus gemacht und... Ja. Ja, es ist halt... Das heißt, es wird wahrscheinlich auch keiner kommen. Deswegen, also Cube hat mit mir noch vorhin geschrieben, hat mich gefragt, ob wir Pods haben. War ja angeblich in den Kommentaren was geschrieben. Also das ist da welche in die Kommentare. Also die Kommentare, jeder weiß. Wir haben am Anfang gedacht, wir können es vielleicht noch geheim halten und so, aber... Ja. Ja, es ist doch, denke ich mal, relativ unmöglich. Es ist unmöglich, außer wir laden nicht so. Ja, genau. Und das ist halt das Ding, also... Denke ich mal, äh... Vorher hat er gedacht, dass wir keine haben. Ich glaube, dann hätte er sich mit uns angelegt. Ja. Aber so, denke ich mal, hat er noch ein bisschen Respekt so davor, also... Das heißt, Vini und so werden das wahrscheinlich auch schon wissen. Ja, ich denke mal, Vini wird es auch wissen, obwohl ich Tobi so schön verarscht hatte. Aber ich weiß nicht, ob es mir genau, also... Ich weiß nicht genau, ob es mir geglaubt hat. Also ich habe damals mit Skype mit ihm geschrieben und habe schon so rumgeheult, so, man, ihr habt so viel Glück, dass ihr Pods habt und so. Oder meinte ich so, ja, vielleicht haben wir jetzt ein ganz kleines bisschen Glück, wenn wir gegen euch kämpfen. Und sowas habe ich geschrieben, aber... Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, dass wir nicht den zweiten OP-Gold aufhören machen, ne? Boah, das ist eklig. Ich habe 18 Gold Ore. Ich habe gefunden. Für ein 56 Stück. Geht doch nicht. Ja, ich meine, in der Kiste haben wir noch was. Deswegen... Boah, und bei ganz vielen, also... Bei dir habe ich es auch gelesen, ganz vielen. Jetzt kommt wieder an, du guckst die Folge an. Bei dir und mir habe ich jetzt auch in den Kommentaren gelesen gehabt. Ähm, dass ganz viel darüber diskutiert wird mit Situation, dass wir ja alle bei einer halben Hungerkäule, die weg ist, schon was essen. Also ich kann euch so sagen, ich kenne es so von früher, dass es noch eine unsichtbare Situation-Bar gibt. Heißt sozusagen, ähm, wenn ich jetzt einen Chicken esse, was jetzt mir, ich weiß jetzt nicht genau, dreieinhalb oder so gibt, dass ich dann 13 unsichtbare Dings habe sozusagen. Aber ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, also nimm es mir nicht übel. Aber ich mache es einfach aus Gewohnen. Du meinst drei unsichtbare dann. Ja, 13, genau. War jetzt falsch. Äh, wir sind in Richtung 0 damals gelaufen, ne? Wo wir die Festung gefunden haben. Äh, das weiß ich nicht. Ja, von Richtung 0 müsste es gewesen sein. Gut, ich gehe jetzt wieder in die Base. Ich habe genug Flint und dann zum Spawn und da ist ein Zombie mit Goldrüstung. Wir nennen dir. Und dann, ja, fahre mich essen für uns. Tu das. Vielleicht kriegst du noch ein paar Level dabei. Und wenn jetzt da einer kommt, ne? Ja, ich glaube nicht aus. Nein, dann kommst du in den Neter. Nein, das ist klar. Dann kommst du in den Neter. Ja, wenn da jemand auf dem Spawn steht, wie soll ich da vorbeikommen? Wenn sich jemand ein... Ich nehme mich einfach und das fällt nicht auf. Ganz easy. Ja, ich hätte es gelö... Ja. Falls er zübschiges Spawner hochkommt, verstecke ich mich. Und dann, wenn er nicht mit rechnet, Pot reinpfeifen und weg ist er. Okay, wenn es zwei sind, wäre es natürlich ein bisschen scheiße, aber... Na, ich brüchte halt nur beide, bis ich... Also, bis ich wieder da bin am Portal. Ja, ja. Weil er will... Man würde bestimmt nicht damit rechnen, dass ich aus dem Portal ankomme. Ja, ich würde es nicht machen. Also, ich würde, wenn... Also, wenn jetzt, sag ich mal, so ein Team wie The Nation oder so jetzt kommen würde, würde ich jetzt direkt meinen Arsch rausbewegen. Aber... Vielleicht kommt der Spy weit zurück. Vielleicht. Ich glaube nicht. Was ich aber... Ja, stark bezweifle. Nach einer Minute, nachdem wir auf dem Server waren, dann auch sich ausgelockt hat. Wie so, na, hey, wie geht's? Und er so, oh scheiße, nee, ich bin weg. Aber wie viel nehmen wir denn heute vorproduzieren? Also, wir haben jetzt eine für Montag. Die ist Dienstag. Dann Donnerstag brauchen wir noch. Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt vier noch. Nach der. Aber wir könnten theoretisch auch Stag, oder? Was, was, was? Wann könnt ihr? Wir könnten auch Dienstag aufnehmen. Wird kritisch mit dem Hochladen. Montag wäre gut. Ja, ich bin schon mal Dienstagklausur und ich habe jetzt schon die ganzen Ferien fast gar nichts gelernt. Und dann wollte ich jetzt wenigstens noch den Tag davor nochmal ordentlich reinhauen. Ja, das ist echt doof. Ich habe mir echt so viel vorgenommen, aber... Ja, wäre schon gut, wenn wir jetzt noch zwei oder zwei machen. Ja, ich würde halt am liebsten Kämpfen erreichen. Und eine dann noch. Ihr regt euch halt alle auf in den Kommentaren, so. Ja, wir haben so guten Stuff und so weiter, dann sollten wir mal fighten gehen. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn... Keine Ahnung. Man kann noch besseren Stuff haben. Ja, das schon. Wir nutzen den wenigstens jetzt die Zeit gut, solange wir jetzt mal warten. Ja. Ich glaube, ich hätte jetzt wieder keine Spitzsacke gehabt. Wir haben hier kein Holz, Alter. Du kannst... Wenn du am Chicken Spanner bist, da komm mal im Haus, da sind noch Loks. Ich muss jetzt schon hoch... Nee, ich will hier noch ein bisschen bleiben. Ich habe hier noch Tränke, dann mache ich mir Pfeile und dann gehe ich erst zum Chicken Spanner. Ah, du bist ja auch in der Base, ja? Bin auch in der Base. Was für eine Folge sollen wir machen? Wie lang? Gute Frage. Wollen wir das spontan? Ja, spontaner machen wir so viel, bis wir gekickt werden. Ich würde halt nicht so viel... Also immer 30 Minuten ist halt auch hart, aber können wir auch machen. Nee, dann werden wir einmal Overtime. Wir dürfen ja nicht über die Zeit kommen. Naja, aber wir haben jetzt eine halbe. Jetzt eine halbe, dann wären wir bei. So, warte mal. Ich mache jetzt erstmal die ersten Rüstungsdinger. Oh, zum Glück habe ich Holz dabei. Sonst hätte ich mir jetzt kein Crafting Table machen können. Warte, wenn wir jetzt, ähm... Warte, wir haben vorhin 30, ne? Nee, doch. Nee. Wie viel haben wir davor gemacht, Basti? Wir haben gerade 35 so gemacht, circa. Ja, heißt nochmal 30, wären wir bei 60. Und das heißt, wir brauchen dann noch 4 auf... Ja, dann noch 4,15. Das wird gehen. Ähm... Aber, wir haben... Ja... Mann, ich habe gerade so viel Pech, wie bei dem Dings. Dreimal hintereinander und nicht einmal Protection gekriegt. Oh, Mann. Jetzt aber. Schönes Ding. Schönes Ding. Hä? Na, ich entchante gerade meine Schuhe auf Pot 1, damit ich mir Dings machen kann, weißt du? Also, ich dachte gerade auf einmal... Nee, nee, passt schon. Ich meine, bei mir war einfach... Auf einmal war es jetzt so ein... So ein Ding, wenn man immer da... So. Und da war einfach nicht krank, auf einmal. So, das kostet 11, leidisch schon, ne? Gut, also brauche ich keine... Du hast ja hier eh unendlich Level. Ja, unendlich, ja. Es traut trotzdem. Ich hätte noch 11. So, die Blast Protection brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, soll ich jetzt nochmal in die Base... Ja, ich gehe nochmal in die Base. Soll ich mir dann alles mitnehmen an Zeug? Um das zu machen. Ja, äh... Brauchst dann mitnehmen. Und alles. Außer, ich mache mir hier jetzt die Pfeile. Okay, ich mache mir die Pfeile. Und dann gehe ich da hin. Weil wir machen wahrscheinlich eh eine längere Folge. 30 Minuten. Ja, dann lass 30 Minuten und dann 4,15. Das heißt, es ist jetzt noch Vorbereitung für Kampf, alles. Eine Stunde. Und dann... Stimmt, stimmt. Oh, ich habe einfach die Base aufgelassen. Och, Mensch, Fabio. Gönn dir. Oh, Mensch. Tut mir echt so wie. So, ich habe jetzt auf jeden Fall neue Bot 3 Boots. Boots. Und das kostet dann 14 Level auf Bot 4 zu machen. Ich müsste auch meine Dinge noch höher machen bei einer Rüstung, aber... Ist halt schwer. Ich kann gar nicht so viele Pfeile, äh... So viele Giftpfeile machen, weil ich, ähm... Nicht so viele Spinnenaugen habe. Weil du was hast? Nicht so viele Spinnenaugen. Aber ich kann mir genug machen. Ähm, ja. So. Hast du Skype offen? Falls einer was schreibt? Äh, nein. Ich nehme mich auch nicht. Und meine Spitze ist wieder. Wir sehen es doch, wenn er auf den Server kommt. Ja, aber kann ja sein, dass er dann die normale Confuie so schreibt. Ja, wenn du wollt, könnt ihr den Schwenner holt. Hm. Man kann vielleicht nur, äh, äh... 16 Giftpfeile stacken, ne? Echt? Ja. Ich habe halt nur 12. Mir gerade so aufgefallen. Ich würde mir einen halben Stack machen. Zwar ein bisschen viel vielleicht, aber dann können wir die richtig boospamen. Basti? Ja, dann... Ja. Wenn wir 23 pro 24 Gold haben, wie viel brauchen wir dann noch für, ähm, für OP? 72 brauchen wir, 24 sind 48. Joa, das wäre doch dem Überlegung bad. Oder lieber, ich würde lieber noch ein paar mehr normale machen. Weil so einen normalen, den würde ich mir lieber reinmachen, wenn ich low bin und wegrennen muss. Dann würde ich mir lieber so einen kleineren flitzen, sodass die wieder folgen schnell. Ja, ja. Aber was ich am liebsten haben würde, wollen, wären einfach Kar... Nee, wäre ein Melon. Dann würde ich mir so schön einen auf Kohi machen. Also einen auf Poppia. Aber man nennt ja jeden so einen Typen, den keiner kennt. Nee, so heißt der Server. Achso. Also so ein Poppia-Server. Was ich übrigens ein paar Mal gespielt habe, ich glaube, das wissen wir gar nicht. Das habe ich nie aufgenommen, aber ich habe... Schon, äh... Ein bisschen Nagel. Mit Erfahrung. So. Ähm... Also Level-Farm geht hier richtig schön, ne? Also hier ist alles noch schön. Richtig nicht. Richtig schön saftig vollgeladen mit Quarz. Quarz. Ich habe jetzt gleich die Port 4 Schuhe, dann fehlt mir noch die. Wie viele Pfeile hast du? 29, 12. Ja, ich würde mehr normale machen. Ich kann ja von mir aus welche machen, falls du das willst. Ja, gerne. Also ich würde am liebsten noch ein paar normale haben. Ja, ja, meine ich ja. Wie viele Chicken hast du jetzt geholt? Noch keine. Achso, stimmt. Du bist ja in der Base. Ich bin noch in der Base und mache die Pfeile und dann gehe ich erst los. Stimmt, stimmt. Sorry. So, habe ich jetzt das Ding aufgehoben? Ähm, ja. Hast du aufgehoben? Ähm, die Workbench. Was ich gerade abgebaut habe. Die Webbench? Hä? Warum baust du eine Webbench ab? Ähm, weil ich mir ja ganz viele Schuhe gemacht habe. Achso. Und mehrere, zwei Port 1 gebraucht habe, um Port 2 zu machen. Um dann meine alten Port 2 zu Port 3 zu machen und mit deiner alten dann zu verbinden. Voll umständlich so. Ja. Mega kompliziert. Aber ich habe jetzt gleich noch einen Quarzblock. Dann habe ich jetzt schicke neue Sneakers. Schicke abgegradete Sneakers. Denkst du, du hast die gleichen? Auf meinen steht mein Name drauf. Kannst du dir das nicht leisten? Was? Oh Mann. Jetzt sind es auf einmal... Ah, okay. Okay, nice. Ja. Sollen wir noch Gifttränke zum Schmeißen machen? Das habe ich dich auch vorhin gefragt. Hast du? Ja. Da meinst du... Nee, ich glaube, du hast gar nichts dazu gesagt. Ich habe gar nichts dazu gesagt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, lohnt sich nicht, wenn wir die... eh schon mit einem Pfeil dann auch etwas so linksen, weißt du? Ja, aber falls ihr dann nochmal näher... Und der hält halt auch länger, der Splash-Potion. Den du in der Hand werfen kannst. Also, ich... Ich mache mir dann zwei, dann gebe ich die ein und mir ein. Ja, aber muss halt... Weil ich habe zwei über dann. Lass mal testen, ob wir uns selber... Ob wir uns selber ganz damit splaschen. Ja, nee. Dann müssen wir nochmal extra machen. Ey, Mann, das ist keiner. Dass hier keiner reiten will, ne? Mir kommt es auch so vor, irgendwie... Es sollen ja nicht so viele Teile immer noch 21 oder so. Es kommt mir so vor, als wenn immer nur 10 aufnehmen. Stimmt, aber echt. Also, irgendwie kommt es mir echt schon ein bisschen... Ja, es sind ja sozusagen 10, weil immer ein Team ist. Ja, aber... Ja, stimmt schon. So, habe ich jetzt mal ein bisschen Glück und muss nur... Ich mache mir jetzt noch... Zwei Giftpfeile und dann habe ich noch zwei Splash Potions mit Gift. Und einen gebe ich dir dann. Das wäre nett. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Protection. Dankeschön. Jetzt gib mir bitte auf die auch noch Protection. Ich bin zufrieden. Dankeschön. So, ähm... Ich weiß nicht, soll ich noch da bleiben und schieben Dias vor? Ja, kannst du gut. Ja, so. Aber wäre jetzt halt dumm, weil die Dias... Das wäre ja letzten Endes ja dann auch nur da, um mir dann Dias-Rüstung zu machen. Ja. Die ich ja jetzt letzten Endes... Wäre ja auch unnötig, weil ich jetzt die Level farme. Hält für mich die Dias-Rüstung. Achso, stimmt. Ja, jetzt habe ich jetzt ganz gut von mir an mich gedacht. Ja. Ja, nee, stimmt. Dann mach das mal. Genau, für deine Hose zum Beispiel. Ja, ja. Weil ich habe jetzt gleich komplett Pod 4. Und das ist schon ein bisschen krass. Warte, wenn du dann backkommst, nimmst du dann gleich Hühner auch noch mit? Weil ich meine, es kommt eh keiner. Oder wann glaubst du hast du es denn ungefähr? Ich muss ungefähr 20 Level noch holen. 20? Ja. 10 Minuten. Ich bin sowieso erstmal farmig, weiß nicht wie lang. Wir sind sowieso jetzt bei 51. Also es kann eventuell ein bisschen... Klappen. Aber wir haben ja auch nur 25 Minuten. Wenn das jetzt eine Stunde ist, meine ich. You know what I mean? I know what you mean. Okay, ich baue die geheime Kiste mal wieder zu. Und gehe jetzt farmen. Ich finde unsere Base wirklich gut. Also, die sollte man echt nicht so finden. Ich gehe jetzt farmen. Ich muss ja gleich gucken, was da für mein Handy los war. Aber auf einmal vibriert alles, alles geht ab. So, ja nice. Nur 9. Achso, stimmt. Ich muss ja dann Pod 4 machen. Das ist ja das Tolle. Ich brauche mich hier mal weiter. Ja gut, ich brauche bestimmt... Ach, ja, so 25 Level werde ich brauchen. Türke, ja. Alter, mein Handy vibriert. Ich muss es, glaube ich, ausmachen. So, Mann. Ich laufe jetzt mal wieder zurück, bevor ich mich jetzt hier so krass verlaufe. Ich kann mal von da oben. Weil sonst findet der Basti nicht mal nach Hause. Oh, die Basti. Aber ich habe mir diesmal auch die Koordinaten immer eingeblendet, dass ich dann, wenn ich nachträglich nachgucken muss, Bescheid weiß. Da weiß du dann Bescheid. Ich will nicht so viele Dias suchen. Ich kann da nicht einfach eine Quelle erscheinen. Genau jetzt. Ja, genau. Ich stelle davor, da wäre jetzt eine... Einfach so eine Oase, oder? Einfach mit so Blöcken. Genau. Oh, alter Blöcken. Ja, da kann man keinen Diamantapfel machen. Ja, genau. Ja, dann... Nee, Basti. Was? Nein. Bist du tot? Bitte nicht. Ich will jetzt nicht diese Server... Ich will jetzt nicht diese Dingsmeldung sehen, dass du stirbst. Was ist passiert? Was ist... Was ist passiert? Hallo? Dias. Wie viele? Drei. Ja, mach mir doch nicht so einen Schock jetzt, alter. Alter, ich sag so... Ich hätte es später sagen sollen. Bitte erscheinen da jetzt. Ich hätte es später sagen sollen. Ich wäre als X-Rare abgestempelt worden, alter. Oh, ich ne? Ähm... Alter, ich hätte jetzt das machen sollen, alter. Äh... Ich hab mich jetzt einfach nur, weil es irgendwas stand, hab ich mich erschrocken. Äh... 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 Die Falle, wo ich am Anfang reingefallen bin. Die Falle, wo du am Anfang reingefallen bist, ja, die kenn ich noch. Ja, ich glaube, ich höre die gerade. Aber war da Wasser? Ich denke nicht, weil hier ist richtig viel Action. Ach, du... Du bist da hin, hast du dich jetzt schon... Oh, Gott. Ja, ja, ja... Ah! Ah! Äh... Gut. Äh, ja. Ähm... Ja, mach mal so einen Geheimgang. Mach mal wirklich bis zum Spawn. Und dann haben wir es da so leichter. Gehen wir einfach hoch. Ich hab, glaube ich, hier eine neue Festung gefunden. Oder ich baue mich natürlich gleich bis zum... OOOOH! Nether rein, dass du dann gleich kommen kannst. Genau. Nee, es wäre viel zu... Nein. Ja. Hart. Ich glaube, ich hab eine Festung. Jetzt ohne Sprache, ich hab eine neue Festung gefunden. Also, ist hier ein Villager-Zombie, dann mach ich nämlich... Boah, das wäre das krass, wenn wir so Emeralds dann kriegen. Weil wirklich... Also, die krasseste Schwachstelle, die wir haben, sind... Alter, gut, tschiesch. Unsere Schwerter. Hier sind Spinnenaugen. Ich bin Low wie Stück Brot. Was? Was? Low? Ich hab auf jeden Fall vier Herzen. Warum? Hexe. Vergiftet. Ja, pass auf. Ach, echt? Ja. Besten Tipp, den du mir je geben konntest in dieser Situation. Ja, pass auf. So, 14 Level brauche ich jetzt nur noch. Dann bin ich wieder zurück bei dir. Ach, Basti. Oh! Ey, was machst du denn da? Ich wollte gerade sagen, hey Basti, ich bin da bei unserer alten Base, wo wir am Anfang waren. Dann kommt ein Skelett und schubst mich runter. Nee, ich will wieder zurück. Hilfe. Ich kann mich nicht mal recken, Alter, weil die Skelettende mich so ficken. Okay, ich geh wieder, ich geh wieder at home. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. Gut. Basti? Yes. Hier ist fricking gefährlich. Okay. Das ist was ich, Charles, kann dir sagen. Okay. Okay. Nee, ich baue mich hier weiter. Ich will jetzt irgendwie nicht, äh, mich genau zur Mitte bauen. Weil es schon... Nee! Was denn? Ich verstehe es nicht. Hast du wieder welche? Ja! Digga, was ist bei dir? Du hast irgendwelche Probleme mit dem Ding. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe 13 Dias jetzt. Oh Mann, aber diesmal hebe ich welche auf, weil wir noch ein Ding finden. Ja, mach eine Hose auf jeden Fall, Pott 2. Ja, das auf jeden Fall. Es ist einfach unnormal. Wollen wir den Part ein bisschen überziehen, dass wir eine halbe Stunde haben, sodass wir 100, dass wir jetzt 65 Minuten dann haben auf dem Server hier, Weektime. Wie viel? Wieso? 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 Weil ich ungefähr noch so lange brüchte ich, äh, bis mein Ding dann fertig ist. Also ich wollte es noch 7 Minuten. Ey, hier war ich gerade. Oh mein Gott. Ah, das ist so nervig mit den Suppen, ne? Wieso? Wieso, hä? Äh, also ich würde 5 Minuten noch machen wollen. 5 Minuten. Also mehr. Oder jetzt. Ab jetzt 5 Minuten. Okay, dann mach ich schnell die Hose. Äh, die Hose. Was sollen wir dann gleich im Anschluss machen? Wir nehmen vielleicht noch eine auf, ja? Äh, ja. Äh, nein. Oder? Ich weiß nicht. Also warten wir dann, bis irgendeiner schreibt zum Kämpfen. Und wenn jetzt keiner schreibt, dann nehmen wir halt nichts auf, so. Äh, warte mal, warte mal. Das ist, äh, ich, lass gleich danach gucken. Ich verstehe gerade gar nichts. Okay, lass aber vielleicht so viel überziehen, dass ich dann nochmal zurück zu dir komme, ne? Okay. Oder? Weil wenn wir dann... Ja, ja, doch. Oder du kommst zum Spawn. Und wir warten im Portal auf die. Wieso im Portal? Ja, wer rechnet damit? Wenn die dann schreit... Ja, wenn die schreien, wir sind am Spawn. Dann gehen wir aus dem Portal raus. Und zack. Boom. Aber wieso müssen wir denn im Portal sein? Können wir nicht einfach unter das Portal bauen? Oder irgendwo ans Portal sein? Nein, ich weiß nicht, weil ich jetzt ein Neta bin. Nein. Oh. Weiß. Müssen nicht. Ich hab übrigens alles Pott 4 jetzt. Alter. Ähm, ich wollt mir den Enchanter nehmen und lass den drin. Hast du einen Enchanter dabei? Schon, ne? Ja. Ja. Der hat mir grad her. Wo ist der zweite? Oh mein Gott. Bitte Protection. Bitte, bitte. Ich liebe es. Was ist los? Scheiße. Nicht schlecht. Get wrapped. Ne, ich hab keine Protection drauf bekommen. Was hast du? Na, natürlich hab ich's drauf. Ja, ist ja der Lacka vom... Vom... Dings. Äh, hast du den zweiten Amboss auch dabei? Ich hab zwei Ambosse dabei. Ja, ich komme. Hoho, hoffen. Ja, sorry Boss. Bin da jetzt schon auf dem Weg nach Hause. Keine Sorge. Baba, komm. Zeig ich mir aus den restlichen drei Diamante... Ähm, warte, wir haben ja noch mehr. Ähm, ja, mach ich. Ich mach meine Spitzhacke wieder. Ey, ich will auch einmal in diesem Projekt jetzt mal eine bessere Spitzhacke als meine ganzen Steinspitzhacken haben, ey. Mach dir doch ne Eisen. Ja, hab ich ja gehabt am Anfang. Wow. Lauf ich hier grad richtig, glaube? Ja. Freunde, sagt mal. Lauf ich richtig? Freunde. Nein, tue ich nicht. Nein, tue ich... Komplett Pod 4, Alter. Ich hab dann Protection 2 komplett. Also Leute, ihr müsst mal so sagen... Ja, ich hab drei eigentlich. Wer sich damit auskennt mit Protection. Naja gut, wenn bis ihr das geschrieben habt, wissen wir das dann eh schon, glaube ich. Ja, ich kann jetzt eh nichts machen, außer auf dich warten eigentlich. Ja, warte mal. Ich will jetzt wenigsten... Wir können meine Wege gleich beenden, aber ich will wenigsten den Weg gleich mal finden, wo ich dann landen muss. Und das ist wieder mega complicated. Äh, ich geh auf jeden Fall. Nächste Folge. Oder sollen wir nächste Folge 15 Minuten nochmal eine Farm-Folge machen? Wir können nur drei. Ja, die letzte dann. Nein, ich will... Ich will's hypen, man. Ja, wenn keiner schreibt, dann... Dann machen wir noch eine letzte Farm-Folge für Essen, weil wir haben kein Essen. Oder? Ja, bin ich jetzt auch nicht. Ja, ich bin auch nicht der Fan, aber wir müssen. Ja, stimmt schon. Ja, dann halt wieder am Spawner gammeln und ähm... Ja. Genau. Nice, Alter. Richtige Chiller. So, warte mal. Ich glaube... Mann, wo bin ich denn jetzt hier? Freunde... Ich nutze diese Situation mal, um einfach auf mein Handy zu gucken. Das ist genau die gleiche Situation, die wir damals, wo wir zu zweit hatten. Auch waren. Dass ich... Dass wir das nicht finden. Hä, was? Dass wir das nicht... Dass wir das nicht finden. Was? Den Eingang. Äh, wo's zurückgeht. Mit diesen kurzen kleinen, zweischlitzigen Dings da, weißt du? Achso, von der Base? Naja, vom Neta da zurücklaufen. Ich bin so... Egal. Weißt du nicht, was ich meine? Hm, ich hab grad nicht aufgepasst. Na mal. Egal. Nein, ich such noch mal diesen... 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 Eingang. Zurück nach Base. Naja, nicht zum... Naja, ich bin auch noch im Neta. Ich such den... Achso, achso, ja. Oder? Jawoll, ich hab ihn. Okay. Wir haben jetzt... Ja, 64 Minuten. So, dann baue ich jetzt hier wieder schön den Eingang zu. Dass ja, keiner hier irgendeine Festung findet, war das eh nichts mehr. Aber das bleibt unser geheimer Spot. Hä, gleich steht's bei jedem in die Kommentare. Ja, genau. Hey Basti, der hat im Neta... äh... Neta gewonnen. Basti hat im Neta Quarz gefunden. Hilfe. Basti hat im Neta Quarz gefunden. Hier bei den Cards. Hm. Du, ähm... Du bist jetzt in der Base, ja? Ja. Ja. Ja, ich... Ich brauch nen freaking Ambus. Ja, Matze, komm. Hast du kein Eisen gefunden? Äh... Ja, kannst du doch noch einen machen. Ja, 13 Eisenohrer haben wir, aber das reicht nicht. Doch, wir haben 24 noch in der Kiste, glaub ich. Hä, wo ist es? In der OP-Kiste. In der OP-Kiste. Aber warte, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin ein paar Sekündchen da. 1, 2, 3... Ja, okay. Warte, ich bin am Spawn. Oha, was ist hier? Warte, nichts. Okay. Was ist da nichts? Und du sagst, ich mach dir äh Angst? Ja, was ist... Ja, was ist... Ja. Ja. Man, ich will ein besseres Schwert haben. Ja, du hast doch nen... äh... Scharpnis. 2. Ja. Ja, ich will aber... 4. Hm. Weil dann passt alles sozusagen. Ja, ich bogen 4, Schwert 4 natürlich, klar. Und Protection auch 4. Also mein Bogen ist... Ja, nicht so, da brauchen wir viel zu viel Dierrüstung. Also ich kann meine Dierrüstung nicht mehr weiter abnehmen, ne? Mein... Mein Bogen ist nur 3. Okay. Ich brauche 3 weitere komplette Dierrüstungen, um... eine nächste Stufe zu machen. Der wird ja Bücher. Oh. Stimmt. Stimmt, stimmt. Warte, da brauchen wir Leder. Und Leder wird sehr... Da brauchen wir Leder. Oder 2 Kühe. Dann Base Base. Niemand hat sowieso ne Kuhfarm, ich seh schon. Als wenn... Hat so nen Kuhspawn, ey. Okay. Hab... Ich hoffe mal meine Pott 4 bringt trotzdem. Auch wenn Stärke, Scharten, Strider, irgendeiner auf mich einsteckt, halte ich schon mehr aus als... Hey. Na Meister? Ähm... 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 Hast du... Ich hab kein Dirt. Ja, geh runter. Oh Gott. Einfach mal... Boah... Mallefuck. 4... Okay. Erstmal beide... Bumm, Bumm. Warte, ich mach mal den oberen Ambus kaputt, ne? Bam. Boah... Ey, ich mach mir jetzt... Ich mach mir ne Spitzhacke, ne? Ich mach mir ne DIR-Spitzhacke. Darf ich? Mr. Fabo? Ich weiß nicht. Ja, du bist schon, wen wir die brauchen. Ne, drei... Ne, du bist ja hier der DIR-Experte. Kannst du gern machen. Also ich hab jetzt ne DIR-Spitzhacke Effizienz 2. Okay, ich hab mir ne gemacht. Dann mach ich den ganz kurz. Ey, hier ist mal der Giftdrank. Den schmeiß ich dir da hin. Okay, danke. Mit Speed 2, wenn du so zurück... Also wenn du Speed 2 Doppel F5 so wegläufst, ne? Ja. Mit Doppel F5 auf Speed 2 wegläufst und dann so nach oben guckst. Komplett nach oben, ne? Ja. Und dann weglaufen, der dir hinterher läuft und du wirfst den Poison, dann fliegt der genau auf ihn. Ja, komm doch drauf an, wie viel Ding der hinter mir ist, ne? Ne, ne, der ist eigentlich so, also wenn er dich verfolgt. Also jetzt nicht bereits... Verstehst du, was ich meine. Egal. Sehst du, was ich meine? Lass mal jetzt beenden. Dann gehen wir zum Spawn. Ja. Aber ich hab Giftdrank, ich hab Steine, ich hab Essen, ich hab meine OP-Gold auf, ich hab alles dabei. Ähm, ja, ich auch. Den Enchanter packe ich noch weg. Ich hab 6-6, ja, dann Chicken Farm, Wassereimer, ist hier wichtiger. Ja, ich bin absolut, ähm... Ich mach mir, Alter, mein Handy, ne? Ich muss jetzt... Warte, warte. Äh, gib mir mal einen Al... Ne, pass schon. Pass schon. Hä, wo hab ich das jetzt? Was kann ich noch gebrauchen? Ah, ich will noch... Warte mal. Mal ganz kurz was denn mitrufen. Ähm, ähm, ich nehm mal noch die Sticks mit. Möchte... Keine Nedar-Warzen, irgendwie. Hier nicht in den... Also, Nedar-Warzen ist das Wichtigste, was ich in die OP-Kisten muss. Dann noch vielleicht bisschen mehr Eisen nehme ich da auch mal mit Das auch Ist hier irgendwie Kohle oder so Ich bräuchte mal ein Level Hast du ein Level? Ich hab drei Kannst du mir die auf Effizienz verzaubern Die Spitzhacke Äh, warte Pfeile, normale Hast du jetzt da noch ein paar? Ich hab 37 Okay, ich hab 27 Ist okay So, warte, jetzt haben wir das Dankeschön Haben wir Gravel hier? Ja Okay, ich baue jetzt hier ein Ah, warte, genau das will ich machen Wir haben keinen Cleanstone mehr, ne? Warte, grad welchen Komm, hau Mal rauf, Alter Mal rauf, boah, ja? Ja, dann würde ich sagen Loggen wir uns jetzt aus Und dann nehme ich von oben Dann noch Äh, von hier dann noch Wenn's fertig Was ist hier? Das, da hab ich mich Vorhin runtergebaut, aber Wie wär's, wenn wir das Äh, wieder zumachen? Ja, warte Gehen wir gleich hoch, okay? Ja, okay, dann lass es jetzt ausloggen, ne? Jo Gut, auf jeden Fall war's Das ist jetzt von der Folge Wir haben zwar, äh, nicht gekämpft So wie's geplant war Aber Wahrscheinlich Fahren wir dann Nächste Folge auch noch Also Und dann Ja genau Jünger und Pfeil und alles Und dann kämpfen wir Außer jetzt Will jemand kämpfen Dann kämpfen wir jetzt Und Ja, auf jeden Fall Falls es euch gefallen hat Das ist auf jeden Fall Wir haben eine Bewertung da Und wir sehen uns Das nächste Mal wieder Tschüss Macht's gut, tschüss